Wir kämpfen für das Böse. Wir leben dafür. Wir mögen, was wir tun. Wir kämpfen für Chaos. Wir sind die Ex-Im-Rankers. Blablabla. Langweilig. Och, halt deine Fresse. Mann! Bärms. Ach, Leute. Ihr seid doch so dümmlich. Das ist allgemein unfair. Fünf gegen drei. Das ist scheiße. Dann dürfen manche hier dreimal angreifen oder zweimal. Ja, dann ist der eine schon wieder tot. So. Krass. Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Der frisst sich schon da aus. Static E. Ja, greift alle nochmal schön an. Um. So. Habe ich noch eine Hilfmehr auf? Ja. Auf, Geno. Und nichts umsonst hier. Wie sonst immer. Umarmung. So. Mann, ich kann nicht wirklich angreifen. Das ist scheiße. Mann, werden die langsamer fertig. Das ist dumm. Ja. krass. Krass. Krasse Kacke. Ach. Geno, bitte. Geno stirbt jetzt gleich. Oder Mario. Oder beide. Oder Pete stirbt. Oder... Nee, doch nicht. Bams. Ja, Rot. Was? Ich hab Kopfweh. Ihr seid total durcheinander. Okay. Zwei ist ein Tod. Gott. Glücksgefühl kommt wieder auf. Ihr macht halt nicht das Game fertig. Scheiße. Bodyslam. Bodyslam mit der Axt. Na klar. Bygirl. Ach, so angriffen. Das erfreut ja mein Herz total nicht. Warum dürfen die auch so oft angreifen? Das ist scheiße. Ähm. Ich mach mal Geno Blitz. Und... Die Sonne! Eww. Splitterbombe. Fuck. Ähm. Geben wir Geno erstmal ein Superblitz. Weil das braucht. Und... Jetzt machen wir eine Umarmung. Und dann sind alle wieder geheilt. Und das freut mich sehr. Och du Scheiße. Bams. Bams. Fuck. Heilen! Ach komm. Aber das wird, das wird, das wird, das wird. Bams. Autsch. Ähm. Ich glaub... Ich muss diesmal nur sie heilen. Weil die hat wirklich viel abgekriegt. Also ich hab die zwei schwächsten hab ich besiegt. Pink. Und grün. Die haben wirklich nicht viel ausgehalten. Jarod. Was? Meine... Geschieht ja recht. Was? Meine Eier oder was? Da stand doch meine. Mehr stand da nicht. Meine. Ja. Hübsch. Meine Eier. Meine Eier tun mir weh. Oder was? Oder meine Axt oder irgendeinen Scheiß. So. Machen wir jetzt erstes Mal. Nein. Nicht Peach. Body Slam. Die sind so nervig. Vor allem der Gelbe. Der Gelbe ist am besten. Weil der... Scheiß Attacken drauf hat. Diesen verfickten Body Slam. Der ist dumm. Der Body Slam... Ja, Rot. Was? Äh, ja. Kauf dir... Kauf auf deiner Zunge. Irgendwas mit... Ja. Ich hab's nicht lesen können, weil... Das zu schnell weg war. So. Und jetzt machen wir Rot fertig. Bam. Du machst Mario nach. Bams. Bams. Boom. Bams. Komm, stirb. Bams. Boom. Genug. Jetzt bin ich sauer. Beenden wir dies. Formation. Los geht's. Was? Was? Ex-Ranger. Okay. Wenn ihr das so wollt... Dann machen wir das natürlich. Ein umsonst. Okay. Aktiviert den Kraftstrahl. Maximal Ladung. Feuer jetzt ab. Break up. Ach du Scheiße. Der... ist... hart. Umarmung. Alle kalt. Nachladen. Bams. 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 Breaker Beam. Solange die anderen nichts machen, ist alles in Ordnung. Und solange der nur alle zwei Runden angreifen kann, auch. Das ist im Moment beides der Fall. Und das geht eigentlich. Nachladen. Bams. Unmöglich. Wir sind unverwundbar. Kann das den Ex-Rangers passieren? Ja. Natürlich. Boah. Yes. Was? 17 Erfahrungspunkte. Wir seien Scheiß. Die Nets. Oh yeah. Epileptische Anfälle. Das macht Spaß. Das Spiel ist lustig. Party Art. Sechs Sternenteile. Ich freu mich. Sechs Sternteile wurden schon gefunden. Wo könnte... das nächste... das letzte Sternteil sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin könnte. ähm... Geh mal mal... ähm... Ich würde mal sagen, zufrock-fuzius. Fröhr-Kruft... Frosch-Teil. So. Spreng, 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 Spreng. 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 Opa, wir haben einen wirklich zu Hause gefunden. Es ist in den Wolken. Mello? Du bist ein Prinz. Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt hilfst du, die Welt zu retten? Du bist weit gereist, Kind. Aber obwohl du deine Familie gefunden hast, ist dieses Abenteuer noch nicht vorbei. Ja, ich gebe nicht auf. Ja, super. Ja, muss... Bleib noch Bowsersburg. In Nimbus-Land weiß man sicher, wie man dorthin kommt. Okay. Das ist nett, das ist nett, das ist nett, dass du mir das sagst. Also wieder ab nach Nimbus-Stadt. Und der König ist gesund, freu mich. So, aber ich möchte erst mal Ja, willkommen Ausruhen Lass mich raten, du willst dieses Luftkissen benutzen, oder? Nö Ich möchte auf einem ganz normalen Bett schlafen Hm, ich kann das Casino nicht finden Ich bin so müde vom Gehen Hey, erhält einen Zettel, bitte hinlesen Ja, sicher Kommt zu Great Guys Casino Drei Sprünge und eine helle Karte und du kommst rein Keine King-Klings erlaubt Casino-Leute, Great Guys Sprünge, eine helle Karte und keine King-Klings Was soll das? Ich habe keine Ahnung So, sparsam wir hier Sechs Sterne Wir nähern uns, glaube ich, langsam dem Finale Und ich glaube, jetzt können wir mit dem Bus fahren, oder? Der Bus wird gerade repariert Geh, ich schuf Melo aus Ja, der zum Vulkan führt Prinz Melo Das war eine ausgezeichnete Arbeit Du bist ein wahrer Prinz Ohne dich, Garo Hätten wir das nie geschafft Wir stehen definitiv in deiner Schuld Danke, Melo Ich bin wirklich froh, dass alles funktioniert hat Bla, bla, bla Fuck you Fuck you So Gehen wir nochmal zu Prinzen und Prinzessen Also zu König und Königin eher gesagt Lalalala, nein Oh, fuck So Geh weg Geh auf den Weg, einfach nur weg So So Ah, okay Mama, Vater Könnt, äh, konntest du den Stern finden? Ja Die Axiom Rangers klauten ihn uns allerdings, aber wir holten ihn zurück Wundervoll Jetzt könnt ihr die Star-Star-Dings reparieren, oder? Wohl nicht Euch fehlt noch ein Teil, schätze ich Der letzte Stern Halt Er kann nur noch in Bowsers Burg sein Ja, wissen wir Aber man kommt nicht hinein Wir haben es wirklich versucht Ja, ja, sogar Mario kann nicht so weit springen Okay, benutze den Genau, Schatz Benutze den königlichen Bus Ja, Melor Es ist Zeit für dich, den Bus zu nehmen Als ich in deinem Alter war Wirklich? Seid ihr sicher, dass es okay ist? Natürlich, Schatz Er ist repariert, bis ihr uns verlasst Ähm, du musst Mario und den anderen einfach helfen, den letzten Stern zu bekommen Klar, Mama Komm, Mario, gehen wir Okay Einfach nur für diesen Trigger, den wir jetzt ausgelöst haben Sind wir hierher gegangen Das ist wirklich geil Ach ja, ich freue mich Aber dieses Spiel nähert sich, glaube ich, langsam dem Ende zu Jetzt gehen wir wieder an den Anfangsort, nämlich Bowsers Burg Und Ich weiß nicht Der Bus wurde endlich repariert Wir können täglich Jetzt können wir täglich Tätig sein Prinz Mello Oh, mein Hals wird kratzig Wir wollen zu Bowsers Burg Könntest du uns mit, bitte mitnehmen König Nimbus hat es mir schon erzählt Ihr seid sofort Da Hier kommt es Hier kommt es Lucky Du Wie süß Und was muss daran jetzt repariert werden? Was macht der Motor? Oh, schnurrt, wir Kätzchen Könntest du Prinz Mello zum Eingang von Bowsers Burg bringen? Natürlich Ich will endlich wieder mit diesem Ding fahren Komm Prinz, spring rein Spring, spring Alle da? Und los Yeah, yeah Ja, wir sind einmal um die ganze Welt gereist Und jetzt wieder in Bowsers Burg angelangt Was machen die alle mit euch ja? Yeah, party, party, komm, du schaffst das